Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von HeikoLive auf der Xbox Series X. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du auf meinem Kanal gefunden hast, den Weg auf meinen Kanal gefunden hast. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Zeigen uns den Weg. Waspaciti, waspaciti, waspaciti? Wir haben es! Ah, der Hauptsache Atrium. Du kannst sehen, wie viel Zeit jeder hat. Ja, ja, ja. Deine Booth ist jetzt hier vorbei. Oh, oh. Hey, du hast nicht versucht so viel zu tun. Diese dumme F***er werden dich so hoch gemacht. Ich war ein paar Stunden vor, und ich versuche, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott! Das Spiel ist einfach krank. Ich weiß nicht, was... also... Ja, gerne. Ich weiß nicht, waspacitiere dich. Waspacitor. 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 Ja. Kommt hier, gestörten. Also das ist einfach gestört, ne? Oh, nice. Nächstes Magazin. Ja gut, ich meine ja Magazinbild oder so. Irgendwas fast gewesen. Auf jeden Fall bekommt man auf jeden Fall auch ein Achievement, ne? Ich schieße noch um Arsch, ja? Okay. 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 Okay, bevor es weitergeht. Ist hier irgendwo... Ich glaube dort oben. Ja. Ja, über uns. Okay, da ist auf jeden Fall noch eine Kiste. Aber ich weiß nicht, wie wir dort hochkommen. Eventuell von hier. So hoch, aber... Das kannst du vergessen, weil die Zonen abgespielt sind, ne? Okay. 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 Das war... Wie war? Wie war die Zonen desунд� Lightman? Nein, das geht jetzt nicht, ja? Was ist das machen wir hier? Gibt ihr noch mehr essen? Was ist das? Was ist das? Ach lol, guck mal da! Was ist das? Was ist das? Red deal! Nur weg mit dir so dann bist du der letzte ja komm her wo bist du ist er weggegangen der zweck teleportiert was für ein loser ich glaube hier drunter ist die nächste kiste können wir dich befreien ja dort kommen wir nicht rein wir das gute daran ist wir können die ganzen menschen jetzt hier befreuen das machen wir auch hallo na wie ihr euch kollegen genau das wollte ich mal probieren wo wir hinkommen ja ok von hier kommen wir aber hier sind noch mehr wir gehen jetzt mal zurück zur lobby die gehen dort hoch ich hoffe wir kommen dort hoch aber aber wait was ist das denn das stimmt ja dort oben ich glaube hier sind noch mehr menschen ich bin mir aber nicht sicher ich glaube das ist jetzt im kreis oder ja wenn ich das so sehe ja dort geht es nicht lang ist auch nicht lang aber ja guck mal sagt meine frage ist warum kommen wir nicht dort hoch warum kommen wir dort nicht hoch wir müssen noch dort hoch wie gelang von hier ich denke mal müssen gesagt hier hoch sagen wir können ich bin und 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 guck dir das mal an guck dir das mal an wie gestört das ist müssen wir drüber guck dir das mal an aber ich glaube hier geht es nicht höher ne guck müssen wir wieder runter müssen nach oben ah wir müssen dahin ok Reicht der Treibstoff? Auf jeden Fall. Aber hier ist nichts. Komm her. Ich glaube ich bin falsch, aber ich kann trotzdem eine Ehrenbrunde drehen. Ja, 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 wir müssen dorthin, dort müssen wir hin, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber dann müssen wir runter, ich weiß wirklich nicht, wo wir müssen, ich meine höher als das geht hier auf gar keinen Fall, oder wir müssen dort hin, ich glaube ein bisschen dort hin. Auf jeden Fall ist hinter dieser Tür eine Truhe. Wie ist dort? Nein. Okay. Fuck, nein, was habe ich gemacht? Sehr schön. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wenn wir in den Dich, Kenny, wir werden ein stärker Team als immer. Du musst dann warten. Der Bugg da rum. Warte, guck mal, hier sind noch mehr. Sind sie, sind hier keine mehr? Und da sind wir wieder. Okay, wir müssen rüber. Nice. Okay. Da, ich habe das, was er noch nicht? Wenn wir das nicht einver cassette, dann braucht sie nicht. Hey, dass teilt es patch. Allesistas, wasztankst, war jetzt kl Musk. Was will ich bei mir cozy? Size vorne 출마 acron camouflage или backdrop für uns? Was wies,Keepiger könntest, war jetzt nicht ein supermarket. Ich kann das, versuche bin ich Ihnen這是 philosophisch. Was coil egal, die Freunde, wenn� Apfittcio Women, quickeneduş. Für mich jetzt Dich, war jetzt unterbrosisiagine mit Verzifend dich du seid, sehr schön so möchte ich das sehen okay würde ich sagen müssen wir hier rein ja gut idea let's rest those legs of yours I'm tired yo Helen can we speed this along any minute now we appreciate your patience thoughts and prayers hey Kenny you want to skip the boss fight and just give ourselves up to Nipulon let him kill your friends for old times sake great just what I needed some more time to sit and feel like shit you do understand why we're mad at you right yeah no shit and I'm sorry you don't think I'm sorry guys not in front of Helen oh don't mind me I love overhearing stuff I call it the eerie canal I don't know what I need to do to prove myself to everyone but I'm sorry for my part how things played out I suffer too I'm still suffering oh save the waterworks let's just stop the G3 and then we'll never have to see each other again no holidays no celebration no birthdays no anniversaries nothing that's not what we want it's what I want joa während wir wir müssen hier heute warten na da mhm 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 ok ok understood ok Nipulon will see you now oh ok wo ist denn der da ist er doch oh mein gott der hat wirklich stütten der hat wirklich oh mein gott ach wo ist der nein ich dachte das wär aber der hat wirklich oh mein gott ey das musst du wirklich nee 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 das ok krass ey wirklich Frauenbrüste ey nein das musst dir okay krass ok ok damit hättest du dich gerechnet na was ich machen kann ja die presse dich dadurch ne Was ist passiert hier gerade? Haben wir jetzt... Hat er uns jetzt irgendwie Drogen gespritzt oder... äh, gespritzt... Drogen gesprüht oder... Warum sind wir jetzt auf so'n High... Was willst du denn? Ja, ich bin zwar Schmeiner... Du denkst wirklich so? Das ist auch was ich auch gedacht habe, Kind. Ich dachte, ich war invincible. Bounty Hunter. Sieht so aus wie ein cooles Job. Aber wirklich, du bist ein glorified Garbage Man... Working Freelance... To take out the trash for anyone willing to pay. Risking your body. For what, kid? So you can lose your legs? And find yourself all alone with no one to help you pick up the pieces? Because you killed everyone you ever met? Does that sound good to you? Maybe. Sure. Fine. That's a good point. Okay, you got me there. You conquered this part of your drug trip. Good work. All right. Go make sure you save the world and then if you suffer, it'll be fine. I guess. Is that, uh, moral here? All right. See you later, kid. Well, I'm having fun. Let's go deeper. So let me get this straight. You're mad humans are just drugs to be shipped around and sold off? Well, that's how things work, moron. It's a circle of life. We're just making the best of it. Be mad at evolution, not us. Yep. It's me again. A whole lot of me. That's a lot of nippleons. Think any of them are real? Hey there, sleepyhead. Having a good trip. How about you? Ah. Don't worry. I'll kill you before it gets too bad. All right. Let's see how many hours you log on Fortnite or Minecraft. Do you play those games? Try to do a sort of psychomantist thing that I can actually... Kurz Entschuldigung nicht, dass es bei euch war. Ich hab grad... Ist ja egal. Auf jeden Fall... Das Spiel ist einfach durchgedreht. Das Spiel ist krass... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es geht auf jeden Fall weiter, ne? Und ich glaub, man hat's gehört. Ich hab ein Telefonat reinbekommen. Ähm... Ja, das lag nicht an euch. Das lag an mir. Nicht wundern. Ich muss... Während ich aufnehme, muss ich auch mal das Handy stumm schalten, ne? Ja. Hab ich jetzt vergessen. Tut mir leid. Schon wieder mal. Es geht aber jetzt weiter. Oh... Das war's schon wieder. Ähm... Let's just say you played 90 hours of Rocket League. Wow. Cool. Quite the... Auto-sport fanatic, eh? Hee hee. Aha, ha! Oooh. Which one's the real me? Does one of me move a little differently or something? Maybe one of me is slightly discolored? There's no way to know! How can we figure it out? It's military. Hello! Ha, 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 ha! Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube eher nicht, ne? Ich glaube eher nicht. Deswegen benutzen wir jetzt eine andere Waffe. Wo bist du? Wo bist du? Hallo. Wo ist der? Wo ist der? Der der einzige Stetten. Brüste. Natürlich, ne, Brüste, was ich meine. Komm her, wo bist du? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Krass. Ach, wir können uns auch bewegen, okay. Okay. Tassel. mehr da ist ja doch was jetzt los hier im hey idiot you need to come talk to me or mom and dad are gonna be pissed do you really think you're doing this to save humanity you do realize you're just playing the hero right everyone else is dying but you get to run around space with their little toys pretending to be the savior of the universe You're not a hero. You're selfish. This is all about you. Oh, sure, and you think you're the only one who can do that? You think they don't have, like, space institutions in place to deal with villains like the G3 cartel? I'm actually asking. I have no idea. I barely know anything about space. It doesn't matter. The point is, this is all about you. You didn't do anything with your life, and now you want to play pretend hero. Well, guess what? It might actually be working. I mean, I don't know anyone else who's doing anything to stop the G3. This might actually be... It might be the right thing for you to do. Oh, my God. You! You really are humanity's only hope, aren't you? Fuck. The only way through is down. I say, we're definitely on a drug trip. No. No. How you doing? Need some motivation to keep going? How about an award? Here, take this one that says you spent all your in-game playtime at an alien strip club. Oh, that's permanent, by the way. Everyone on your friends list can see that forever now. How are you holding on? Facing some dark truths? Maybe things are a little confusing? Well, I'll make it clear for you. You're our product! And I'm here to learn your place! Another badge of Nipula. Ahaha. Hey, here's the hack for you. Switch to the other controller port, and you won't be able to help me. Just kidding. There aren't any controller ports anymore. Huh? Also was ich damit auch meine, was wieder anfängt, ist das doppelte Aufploppen von den Achievements. Ich habe das einmal... Ne, ich muss das wieder ausstellen. Mach ich mal. Ja. So ist es. Wie kann ich noch auf deine Sanität halten? Looks like du hast genug Probleme, zu keeping dein ganzes Band von Hero-Guns zusammen. Woher ging alle? Bounty Hunter, wo du bist, buddy? Oh, fuck, mein head. Oh, nein, ich bin wieder einmal. Oh, Bounty Hunter. Ich bin wirklich so glücklich zu sehen, dass du wieder bist. Du hast keine Ahnung, ich war wirklich freaking out. Oh, mein Gott, du hast mich gefunden. Ich war freaking out. Ich war mir, ich war mir, ich war mir, ich habe dich verloren. Ja. Hier ist mein Freund, da wir sind. Ich war auf den Faden für einen Moment, aber in der Zeit, ich wusste nicht, dass du mich nicht verlassen hast. About time? Wie hast du sogar mit mir funktioniert? Oh, great. Another blank void. How the hell did we get out of this? Kenny, 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 what is it now? I don't know. Oh, Kenny. I'm sorry, all right? I'm sorry I let everyone down. I was selfish and stupid, and I beat myself up for it every single day, and I'm so glad I found all of you because you've given me reason to live again. Oh, Kenny. Well, don't get all mushy about it. I just, I just, I just want to make things right. You can. We all can. Well, to be honest, I'd given up on everything before you guys came along. Before I found all of you, but now we're a team, and we're unstoppable. God damn it, he's right. You, you mean, you mean it? Yeah, dumbass. We've all made mistakes. I mean, not Kenny-level, planet-wide genocide mistakes, but we've all made mistakes. And there is no way we're letting your big, big fucking mistake keep us from taking down the G3. So let's kick some fucking ass together. Yeah, that sounds good. Everything they just said sounded really good and smart. I love you all so much. You're the first real family I've ever had, except for my little kids I spawned to shoot at bad guys, and the family I probably had before the G3 fucked with my brain and ruined all my memories. Let's do this, bounty hunter, as a family! Thanks everyone, let's fucking do this! Alright, that's it. I'm gonna erase all your game data now. I can do that, it's easy. You'll have to start all over. Here we go. You ready? Sure. Okay, did that work? No? Shit, you're still here? I don't actually know how to do that. Never mind, forget this! Ich weiß nicht, was er viel, welche Drogen er uns verabreicht hat. Ach du Scheiße, was ist jetzt los? Okay, krass. Nice, it's good. Holy shit, okay, we're back, I think we're back. That was a lot. Is everyone okay? It looks like we really killed them at least. He's, he's dead. I'm like Jenny, I feel bad. And I'm sorry. Yeah, yeah, me too. I love you guys. Okay. Hol dir die Erde-Koordination. Oder Koordinant. Koordinantin. Okay, die Erde-Koordinantin. Die Erde-Koordinantin. Die Erde-Koordinantin. Fuck yeah, Biatch, we got them! Okay, und als nächstes müssen wir die DNA besaugen. Okay. Alright, ich bin gut. L-Lasch, lasst uns die Nippel aus. Let's do it. Kata Nippel auf. ich kehre zurück nach hause alles in deinem Leben, du willst das auch nicht auch nicht messen schau dich an, wie du willst nach deinem kleinen Winnebago-Winnebago-Winnebago wie bin ich? Ich bin mehr schrecklich über dich sind deine Schäden noch alle schuldig? du musst alle auf der gleichen Seite kommen, wenn du garmantuell sein willst ich will nicht, dass du das auf der Schlussfolgerung aufhörst du musst es zusammen, du musst du einen tollen Job 50 Pesos sagt, dass Gene diese Schäden zu töten du bist sicher, dass du das richtig machst, Gene? wow, be, be, be careful mit ihm echt leicht, Gene das muss passieren I know, I meant that sincerely I just don't know actually how to be nice to you Gene almost killed your super gun all over again don't listen to her I'm about to do some real Frankenstein shit here oh god, I don't know if I'm gonna be able to look him in the eye that's fine I think we accidentally severed his optic nerves earlier what are you staring at, dork? ich muss furzen oh, yeah, right I mean, Gene, best buds we had a real bonding moment a little while ago when I was helping him stuff a bag of dicks down his throat yeah, dream on, kid I hope your sister gets space chlamydia wow, yeah, no, they're getting along alright, almost got it stand back, everyone here we go is he wait for it? let's do it Les, is that is that you? let's do it oh, I might have fucked up his speech sentence too let's do it let's do it, talk to me let's do it so what, all he can say is his name? this is sad listen, everything else I did was perfect he can shoot, he can think, he can shit, he just can't talk right but he's all in there, right? like, he knows who I am let's do it Les, I can't let's do it let's do it I'm so sorry, I let's do it I can't believe I didn't have to tell everybody what I did Kenny, are you kidding me right now? fuck off, Kenny fuck off what? 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 and I'm happy to see my friend, okay? fuck see, I'm not the worst scum back here wow, this is really it, huh? let's do it you got the earth coordinates, right? it's time for your final mission okay okay dann würde ich sagen machen wir dieser Stelle einen Cut ich hoffe dir ich hoffe euch hat's natürlich gefallen wenn ja, lasst mich das gerne wissen euer Bastis raus vielen, vielen Dank, dass du das hier eingeschaltet habt wie gesagt, dass ihr da wart auch vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dann würde ich sagen sehen wir uns hören wir uns denk ich mal eher bei der nächsten bei der letzten Mission wieder ich denk mal so zwei, drei Videos werden noch erscheinen vielleicht vier, ich bin mir nicht sicher und ja, da sind wir auch mit Tiger und Life durch richtig geiles Game wie gesagt, ein Fazit gibt's dann im letzten Video wie gesagt, ich würde dann separatste wieder nochmal auch laden und dann würde ich sagen ich bin raus bis dann und ciao, ciao